Mein Name ist Alexander Vollenhofer. Ich habe jetzt im März die Leitung der Geschäftsstelle der PMA übernommen. Das Berufsbild Projektmanagement ist heute eigentlich in allen Branchen vertreten und aus der Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. Menschen haben in Projekten eigentlich den höchsten Stellenwert. Um aus der Vielfalt der Projektmanagerinnen und Projektmanager heraus zu stechen, kann man sich bei PMA zertifizieren lassen. Die PMA darf 2018 dreifaches Jubiläum feiern. Einerseits wird die PMA selbst 45 Jahre alt, andererseits feiern wir das 15. Jubiläum des PMA-Fokus und außerdem feiern wir 10 Jahre PMA Young Crew, das Netzwerk für junge und angehende Projektmanagerinnen. Für mich heißt Projektmanagement mit weniger Zeit, weniger Ressourcen, bessere Ergebnisse zu erreichen. PMA-Fokus, 10. Oktober, Zeit und Geschwindigkeit im Projektmanagement.